Fischwirte und Fischwirtinnen züchten und fangen Fische, Krebstiere und Muscheln Situation in Deutschland Es handelt sich um einen anerkannten Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz. Die Ausbildung dauert drei Jahre und findet sowohl im Ausbildungsbetrieb als auch in der Berufsschule statt. Das Berufsbild des Fischwirts vereint seit 1972 die ehemaligen Berufe Fischer und Fischzüchter. Es gibt drei verschiedene Schwerpunkte des Berufes. Erste Fischhaltung und Fischzucht Die hier tätigen Fischwirte und Fischwirtinnen züchten Fische in künstlich angelegten Teichen. Sie verarbeiten und vermarkten Fische. Zweite kleine Hochsee- und Küstenfischerei Hier werden Fische und Schalentiere gefangen. Fischwirte mit diesem Schwerpunkt fangen Fische in Seen und Flüssen und verkaufen sie. Sie kümmern sich um die Pflege des Lebensraumes der Tiere. Wenn der Tierbestand bedroht ist, setzen sie Fische aus. Für Fischwirte besteht nach zweijähriger Berufspraxis die Möglichkeit der Qualifizierung durch die Prüfung zum Fischwirtschaftsmeisterin. 2009 bestanden 119 Bewerber die Ausbildung zum Fischwirt und 24 Bewerber qualifizierten sich zum Fischwirtschaftsmeister. Akademische Ausbildung zum Bereich der Fischerei ist durch Spezialisierung im Bereich der Fischerei, Biologie und Aquakultur an verschiedenen deutschen Universitäten möglich. Die Humboldt-Universität zu Berlin in Berlin bietet den Masterstudiengang Fischerei Science and Aquakulture Fischwirtschaft und Gewässerbewirtschaftung als Ausbildung an. Situation in der Schweiz Das Berufsbild des Fischwirts gibt es in der Schweiz nicht. Stattdessen wird in den Berufen Berufsfischer und Fischzüchter ausgebildet. Situation in Österreich Das Berufsbild des Fischwirts gibt es in Österreich nicht. Neben dem Beruf Fischereifacharbeiterin existieren weitere Spezialisierungen und verwandte Berufsbezeichnungen. Fischerei Angestellter Fischereileiterin Fischfachmann Fischfachfrau Fischzuchtarbeiterin Fischzüchterin Fischzuchtmeisterin Flussfischerin Teicharbeiterin Teichmeisterin Fischereiarbeiterin Fischereigehilfe Fischereigehilfin Fischzuchtgehilfe Fischzuchtgehilfin Teichwirten Fischereihilfsarbeiterin Fischsortiererin Siehe auch Fischerei Bis zum nächsten Mal.